Willkommen Leute, Soma-Folge, ich glaube 28. Ich bin immer noch richtig durch den Wind von eben. Ich habe jetzt 5 Minuten Pause gemacht und ich fühle mich ein bisschen besser, aber nicht großartig. Es ist wirklich einfach... Ich weiß nicht, das war gerade richtig mies mit diesem Scheiß Fähnen durchlaufen. Oh Mann, mir kribbelt es immer noch überall. Mir läuft jetzt überall die Arme runter. Okay, bitte jetzt wieder ein bisschen mehr Story-Driven. Bisschen weniger Alien, kann man sich hier flüchten und zumachen, ja. Okay, 1000 Millionen Türen. Aber... Okay, hier ist schon Johan. Jo. Ja, gerne, wenn... Okay, ich... Was? Okay, ja, ich möchte die Wow auch gerne aufhalten, gar kein Problem. Also scheinbar ist der auf unserer Seite, aber der könnte auch mal irgendwie kommen und für uns kämpfen, finde ich. Ja, für uns, nicht gegen uns, Junge. Für uns. Okay, ich lese... Gibt es hier irgendwas zu lesen? Bevor wir hier irgendwas öffnen. Nahrungsmittel. Aho, Agur. Ja, lass mich doch mal lesen. Kaffee, Dörfleisch, Saft, Misonori, Nutrusab, Milchpulver, Shake, Mahlzeiten, Tee, getrockneter Tintenfisch, Kleinfische Reparaturmasse und intravenös. Okay, das wollte ich noch abschließen, Elkers. Lass mich bitte lesen. Du kannst mir doch nicht ins Wort fallen. Guck mal, da liegen noch mehr Zettel hier, Leute. Das ist sehr wichtig. Kann man nicht lesen, okay. Okay. Das geht? Das ging ja noch nie. Okay. Ja, jetzt relax doch mal ein bisschen. Der überdramatisiert das Ganze. Ja, gut, dann gehen wir erst mal ins Badezimmer. So, bist du zufrieden, Elkers? Ich bin weitergegangen. Okay. Hier ist nicht so weit. Scheiße, Alter, ich bin so unter Druck. Also, ich meine nicht wegen Elkers, sondern wegen dem ganzen Scheiß hier. Lagerraum. Ich öffne die uninteressantesten zuerst. Okay, ist auch nichts. Okay, Lagerraum haben wir. Ross können wir wohl nicht öffnen. Was steht hier? Kritischer Systemfehler. Wir sollen die Arbeitsstationen rebooten und ansonsten die Administratin informieren, was wir beschweren können. Hier waren wir schon. Ne, hier waren wir gar nicht. Geh, lass mich in Ruhe. Geh, lass mich in Ruhe. Geh, lass mich in Ruhe. Scheiße. Ups, ich habe auszusehen beendet. Ist das die Caffeine oder was? Ich dachte gerade, wir haben diesen Mülleimer da angesprochen, was das Ding da ist. Ähm, ich glaube nicht, dass er noch mehr kam, aber... Ich klicke das jetzt nicht nochmal an. Ist egal. Ich denke einfach, die haben sie jetzt in den Exodus geschickt. Und ja... Scheiße. Aber wenn das Caffeine wäre... Dann hätte sie doch bestimmt Simon jetzt mit ihr gesprochen. Ich habe das Omnitool ja bei mir. Konnten wir eigentlich mal so sprechen oder war sie dann irgendwo eingeklinkt? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, vielleicht hat auch Caffeine gesagt, weil Caffeine... Daneben stand. Und es tat ihm so leid, Caffeine, dass er jetzt jemand anderen rumbringt. Ich habe keine Ahnung. Also wenn sie das gerade war, dann war das ein bisschen unspektakulär. Oh, scheiße. Fuck. Oh, der hat ein Bild von Caffeine. What the fuck did me do? Hey, try not to think about it. My whole life. I've been a good man. We missed up, Sarah. There, there. I should have launched. Take him the chance. There is time. Evashvin says we could try again. When things calm down. You gotta do it, you know. Ich habe schon wieder aus Versehen. Weggedrückt. Okay, ich starte. Es ist nochmal neu. Ich gucke einfach mal. What the fuck did me do? Hey, try not to think about it. My whole life. I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Take him the chance. There's time. Evashvin says we could try again. When things calm down. You gotta do it, you know. You gotta do it, you know. You gotta do it. Gonna do it twice. You've got to hold on. You gotta do it. I need a little bit. You're getting an extra pump. Auch das wollen wir später machen Wollen nämlich erstmal gucken Was es hier so alles gibt Was? Okay Das ist ziemlich viel Storage waren wir schon Ich lasse jetzt einfach mal alle offen Die wir schon offen hatten Damit ich hier nicht immer wieder Reingucken muss Ist das neu? Scheiße, ja Okay, relax The fuck ist das? Scheiße, der ist ja richtig durch Oh, warte mal Hier war was, hier, Kopfkissen Das kann ich nur aufheben Vielleicht hier Oh, guck mal, ist das nicht nett von mir? Scheiße, ist das nett von mir, habt ihr das gesehen? Boah Ganz ehrlich, wer würde in so einer Situation daran denken? Ich natürlich Aber ansonsten niemand Deswegen habt ihr bei mir natürlich auch das beste Let's Play Das mache ich jetzt aber zu, weil das ein bisschen krass auf meine Kamera zugeht So, hier waren wir schon, das ist Catherine Alles klar, dann sind wir jetzt bereit Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten Wir können hier nach oben Wir können da nach unten Oder wir können durch diesen Dispatch Ich weiß nicht, was Dispatch bedeutet Gehen wir erstmal nach oben Okay, ist geschlossen Gut, dann gehen wir wieder nach unten Jetzt haben wir nur noch zwei Möglichkeiten Das grenzt jetzt schon mal ein Dann gehen wir mal in den Dive Room Was glitscht hier die ganze Zeit in meinen Ohren rum? Dieses Geräusch ist so eklig Ah, ich will was sehen Dreh dich um Okay, hier geht's scheinbar weiter Ja Okay Okay Ich nehme doch erstmal den Dispatch weg Das hört sich gerade genauso an, als wenn es da so richtig weiter geht Also Erstmal kurz in den Dispatch gucken Vielleicht ist da ja nur Eine Kleinigkeit Und dann Kommen wir wieder Ja, seht ihr Leute gut, dass ich hergegangen bin So Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte gerade, er tötet mich jetzt Und ist von unten mitgekommen Jetzt lass mal die Tür hier zu So Ich dachte gerade ehrlich, er ist von da unten mitgekommen Der killt mich jetzt Lol Post Impact Notizen Kleine Strukturschäden Funkverbindung verloren Kommunikation wiederhergestellt Omnikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung Funkverkehr ist im gesamten Standort zusammengebrochen Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung Dringende Reparatur erforderlich Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen Okay, also irgendein Link muss funktionieren, damit wir eine Aufzugsplattform reinholen können Besuch von SSI-Volstack Dahl und Holland Einführung eines Systems Zwei wöchentlicher Kontrollen Bis zur hundertprozentigen Wiederherstellung der Kommunikation Evakuierung von Tau angeordnet Wir brechen alle nach Omnikron auf Sind von Monstern umgeben und ohne Funk Wir sind im Arsch Toll Das glaubt ihr, wie ich mich fühle Ich bin sogar alleine in dem ganzen Sofir Oh Ich sehe alle Auflagen, brauche ich gar nicht anwählen, oder? Ups Ah, hier kann man gar keine Füllung erstellen Hallo Achso, da auch nicht Omega Okay Com-Logs Ausgehend Omnikron Omnikron Gerber Ah, der ruft jetzt die ganze Zeit an, oder was? Stopp mal Tür für Riegelung Ach, wie geil Kabine A, Ross Johan Die können wir jetzt öffnen Ah, brauchen wir einen Code Wie soll ich den denn kennen? Was? Ach, der macht das für uns Gut, dass ich einfach irgendwas gedrückt habe Haha, wie geil ist das denn? Dann ist das vielleicht der Typ Johan Ross, der uns da hilft Tunnelöffnung Tunnelöffnung Pitao Instabil Viehbereich Okay Omega Omega Wika Weltraumkanone Gut Wollten die sich ins Weltraum schießen? Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran Das war, glaube ich, der Plan Doch, und dann sind die irgendwie In die vollkommen andere Richtungen Abgetrifft Ja, aber sich ins Weltall zu schießen Ist jetzt auch nicht so sicher Okay Also wir können jetzt in Johan Ross Zimmer gehen Warum kam denn da eben dieses Vieh mit, ey? Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr wohl Am Anfang war das hier so der gemütliche Rückzugsort Der Raum hier Dachte ich Von wo ich überall hin kann Und jetzt sowas So Jetzt aber, jetzt gibt es hier erstmal Antworten Äh Okay, Kritzeleien Nein, nicht erstmal Sorry, Johan Ich bin halt ungebildet Kann ich nichts mit anfangen? Mhm Eine Kugel Und die wird oben von vier Armen gehalten Und sie detoniert Alle Eine detonierende Kugel Hier ist Wow-Shit Hier ist diese Arbeiter Technik-Kram Omega Space Gun Tau Wie? Ach, in Omega ist die Gun Vielleicht können wir dann doch noch nachträglich alles ins All schießen Vielleicht ist das das Ziel Von diesem Scheißplaneten Uns einfach alle auf die Wow zu Äh Auf die Auf die Arche zu schicken Und dann ballern wir uns ins Weltall Und hinterlassen Diesen Drecksplaneten jetzt einfach sich selber Leute Damit kann ich schon mehr anfangen Tagebuch Ich hatte gehofft heute Omnikron zu sehen Die von den Täterleuten angeordnete Evakuierung war ein Segen Eine Ausrede Alpha zu verlassen Und der Wow den Rücken zu kehren Als sich der Sturm legte Brachen von der Wow bereitgestellte Monster über uns herein Wir gerieten in einen Hinterhalt Und mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen Glaser, Kowski, Code C und ich überlebten Auch Claire ist in der Krankenstation Aber es sieht nicht gut aus Das war hier wann der 13.9. Das ist jetzt so zwei Monate später Circa Code C rannte los Um in der Beobachtungsstation nach Esbachem zu suchen Nach draußen zu gehen Ist mehr als nur gefährlich Eher so als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei Wir wussten alle Dass es dort nichts mehr gab Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben zu sterben Ohne es selbst zu tun Und die Verantwortung tragen zu müssen Das ist jetzt ein Monat später Leute vom Plateau sind gekommen Es handelt sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Theta Die etwas mit der Omega Weltraumkanone in den Weltraum schießen wollen Dass sie die Arche nennen Ach die wussten gar nichts voneinander hier Okay Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt In der sich Gehirnscans von Pathos 2 Personal befinden Die Idee ist ganz schön albern Aber irgendwie liebenswert Wir ließen uns alle scannen Um an diesem Nachleben teilhaben zu können Das ist voll krass Weil die echten Menschen das ja gar nicht tun Die sterben ja trotzdem Es leben ja nur die Kopien weiter Das ist so ein krasser Plot Wenn man da mal drüber nachdenkt Okay Also es gibt eine Omega Weltraumkanone Logischerweise Omniga Omega oder Omnikron Weiß ich nicht Ich muss gleich nochmal gucken auf den Plan da Okay aber es sind Ingenieure aus Theta Da waren wir ja Und die hatten den Plan mit der Arche Und dieses Team was hier ist Hatte scheinbar überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen Ding Also die waren schon so oder so hier Einige der Ingenieure kehrten von Pi zurück Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben Sie waren alle ziemlich mies gelaunt Und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen Bis auf eine äußerst wichtige Tatsache Sie wollten alle bei Tau bleiben Um dieser Arche Sache auf den Grund zu gehen Aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugsplattform Für den nächsten Tag eingeplant Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugsplattform fahren müssen Um Omnikron vor den Geschehnissen zu warnen Glücklicherweise waren Glasser und ich in der Lage Die Mission zu übernehmen Endlich werde ich da dann Zerrank Von der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können Ich würde diese Aufgabe ja nicht als Glück bezeichnen Ich lese gleich Ich höre gleich die Aufzeichnung an Okay es war Omega Nicht Omnikron, alles Omega Omnikron haben wir auch hinter Das war glaube ich unter Wasser da Es hat nicht abandone seine Duties Es ist gegründet, es ist gegründet, Klima und Lebensverwaltung Aber es hat sich verabschiedet, die Patron Redefine ihre Protokolle Der WoW hat sich physisch gesteckt. Es ist nicht nur die Kord-Chamber. All-Around-Pathos-2-Structure-Gel ist durch die Pfeife und blöden durch die Pfeife. Ich weiß nicht, was WoW kann das possibly sein, um zu erreichen, aber ich glaube, es ist die Intention. Der WoW hat sich so großartig in der Kord-Chamber, dass es keine Frage zu sein, dass es keine Frage zu sein, zu ihrer Erinnerung ist. Nicht nur die Erinnerung ist, eine Unbezügliche Entdeckung des Spaces, aber auch die Erinnerung der Füße in der Welt. Der WoW ist zu jeder Maschine, jeder Lebensform, um zu manipulieren, um zu kontrollieren. Es versucht, um zu helfen, zu retten, die Kreaturen von all das, wie die Protokolle demandet. Aber wirklich, was ist gut genug? Wo ist die Linie gelegt, was ist, was ist, was nicht? Was machen wir in den Korpsen? Wollen wir ein Grupp von Maschinen, die denken, dass sie Menschen akzeptabel sind? Wir können nicht eine Maschine, um zu wissen, um zu verstehen, was es bedeutet, um zu sein. Wir müssen das WoW-Projekt terminieren. Es kann sein. Ich muss nur ein paar Hilfe von Omicron bekommen. Okay, also WoW ist ja so gesehen deren Lebenserhaltungssystem, die Super-KI, die sie gebaut haben. Und die ist scheinbar vollkommen durchgedreht und hat angefangen, die Menschen vielleicht teilweise durch Roboter oder durch diese Zombie-Viecher zu ersetzen. Hier kann jetzt nicht irgendwas reinkommen, das wäre total unfair. Ich kann ja gar nicht weg. Und total durchgedreht scheinbar, ja. Fuck. Leute, was sind das hier für Geräusche? Jetzt nicht, dass hier irgendwas im Raum ist, wenn ich die Tür aufmache. Das ist unmöglich. Also, ich wüsste gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich mach's mal. Sieht gut aus. Also, rüber zum Dive-Room. Oh Gott, diese ganzen Geräusche, das ist der Hammer. Das war doch der Dive-Room, wo es weiter ging, oder? Ja, mit dem krassen Beben und so. Hinter dieser Tür. Okay, Leute. Folge erstmal beenden. Wir machen dann in der nächsten Folge genau hier weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade auf das Ende zusteuern. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, ob das Ende sich so gesehen hier abspielt, an dem Ort, wo wir sind. Oder ob wir wirklich noch rüber bis zur Omnicron müssen, über die Ladder und das Ding losschießen, was da noch alles abgehen kann. Äh, Omega meine ich nicht, Omnicron. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Ihr seid es auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt.